Ah, du Scheiße. Wer wird Millionär? Dumme Klamotten kaufen. Tut so weh, dir dazuzuhören. Küsst euch. Goddamn right. Ja, halt die Fresse. Homeland Hobbs. Kann ich dir den Cocktail reinflößen? Dann schauen wir mal. Jetzt kipp da oben. This is the worst drink I've ever had. Guten Tag. Schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Wäre sehr cool gewesen, die Fähigkeit. Und die Omen-Fähigkeit von Papa Bär. Das ist vielleicht die hier. Da müsste man sich aber auch anmelden. Das möchte ich nicht unbedingt machen. Wir sind knapp vor dem Wahltag. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Ich würde mal tippen, dass sehr viele Enthaltungen sind. Dadurch, so wie ich mich bisher verhalten habe. Eher so in Richtung, ach, ich mache mein eigenes Ding. Das heißt, mal schauen, ob das Auswirkungen hat. Und vier meiner Leute, meiner Persönlichkeiten, sind bisher über die Grenze gekommen. Einer ist verhaftet worden bei einem Versuch, jemanden zu retten. Der dürfte das auch geschafft haben, auch wenn er hier nicht angezeigt wird. War, glaube ich, so ein No-Name. So ist draufgegangen. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Letzter Tag. Das war's. Was Puh- und du? Ja! Wer wird der Letzte sein? Wenn Sie noch keine Informationen haben, kenne Sie die Sonja-Hotline. Die Hotline ist 24 Stunden, 7 Tage pro Woche. Ja, fresse. Recht knapp vorm Ziel. Nur 3 Dollar. 17 Dollar, 14 Dollar. Ein Auto stehlen. Die Hotline ist 24 Stunden, 7 Tage pro Woche. Lass uns diese Teenen zurückbringen. Ja, dann nehmen wir halt den. Nehmen wir die erste. Ist am meisten am weitesten entfernt, aber stehlt ein Auto. Die Hotline ist 24 Stunden, 7 Tage pro Woche. Aber sie hat über ihre Brüder berichtet, ne? Die Brüder waren das doch, die hier den Anschlag versucht haben mit dem Sparschwein. Witzig, wie das alles so miteinander zusammenhängt. Die Hotboys. Ach, die Brüder mal wieder. So, und jetzt Brüder haben wir beim letzten Mal festgestellt. Yummy, yummy, yummy. Ja, wieder ordentlich Kohle. Das ist halt fix ein Spielzeug-Ding jetzt hier. Watch it. Echt ne Möglichkeit zu hupen oder so? Und eine krasse Linkskurve zu machen. Passiert das nochmal? War gerade Watch. Ähm, was ist, wenn ich nicht auf die Straße gucke? Passiert dann irgendwas? So, wie ich es immer mache. Na, ich tippe mal nicht. Ich tippe mal nicht. Ist zu früh in der Story. Also zu früh am Tag quasi. 17 Dollar. Da könntest du nicht mein Geld haben. Äh, du denkst, ich weiß das nicht, Stan? Es ist deine Schuld, du weißt. Meine Schuld? Oh, das ist rück, Mitch. Rich, Mitch. Rich, bitch. Du wißt du, Mitch? Vielleicht, du solltest einen anderen Robin-Partner finden. Well, äh, vielleicht ich sollte. Wie, dieser Kind. Hm, hm. Toi. Fine, geh den Kind. Sie ist sicherlich ein Kriminein, irgendwie. Was? Hold on, hold on. Before we end the best Robin duo ever, let's take a deep breath. Yeah, we shouldn't rush into this. This is big. Ich weiß. Ich weiß. Let's put the radio on. It'll help us forget about the laundromat. Good idea. Nicht schon wieder. A laundromat robbery happened about an hour ago. Ah, jeez. Witnesses say the two robbers, both dressed like they were into S&M roleplaying, argued the entire time. Though the suspect only made off with 72 dollars in quarters, they are said to be armed and very dangerous. If you see them, please call the police immediately. Das ist die eigene Schwester, oder? Was? And Sony reportin it no less. Oh, jeez. Ein Spiel, Spiel? Well, I guess that's it. Stan and Mitch are breaking up. Go on and partner up with the kid. Yeah. I guess that's it. Wow. Only one thing left to do to be sure this is the right move and all give the kid Mitch's ultimate bank robin quiz. Yeah. Ich will kein Quiz machen. You don't have a choice. Sorry. Here's how it works. Get enough questions, right? Oh, mein Gott. Und wenn nicht? Soll ich jetzt versagen? Deswegen? Ach du Scheiße. Question number one. A millionaire? Ein Waschsalon Fastfood in der Bank. Yeah, that's the right answer. Though jealous, I will admit, I am very impressed. Geld, Alter. Oh, Mann. Das Game, Alter. When is the best time to rob? Äh, tja. Yeah, that is the best time to rob. Visibility is low and mysteriousness is high. Oh, yeah. Question number three. What is the best Getaway Vehicle? Motorrad. Motorrad. Die lieben Motorräder. You would think. Was? But no. Yeah. Sometimes they break down in front of Laundromats. Aber ihr? That's Strike One. Ja, ich weiß, Hubschrauber wäre besser, aber die stehen doch so auf Motorrädern. Question four. The final question. What is the best thing to do with your money at your hideout? Das war eh schon die letzte Frage, also habe ich eh schon gewonnen. Let's try this again. Question four. The final question. What is the best thing to do with your money at your hideout? Is this your final answer? Yep. Yes, that is the best thing to do. We need to not explain why, for obvious reasons. Wow. The kid passed. Oh no, I've never even passed it. And it's my quiz. Tut so weh, dir der zuzuhören. So I guess you and the kid are gonna partner up now, eh? Stan, hold on. Yes, Mitch? Though the kid and I's Robin-Compatibility is through the roof. No doubt. I can't imagine Robin with anyone but you. Nor I, Mitch. Nor I. Küsst euch. Remember the super supper? What a robbery that was. I'm glad we kept the pig as a souvenir. Come on, let's keep the car. And ditch the kid. Hey. Sounds good to me, Mitch. Nicht verarschen? Ich will auch was ausrauben. You hear something, Mitch? I did not stand. Oh man, ey. Die sind schon geil. Ja. Guter Witz. Stan and Mitch! Sucker. Glauben die einfach so meine Auto? Die Deppen. Stan and Mitch. Oh man, 86% haben wir mit denen schon. 100 werden wir aber nicht mehr schaffen, weil... Also bislang habe ich noch nicht zweimal dieselben Leute getroffen. Roll with it. Noch nicht zweimal dieselben Leute getroffen. An einem Tag. Mit einer Person. Get your tapes and snacks here. Tapes and snacks. Tapes and snacks. Tapes brauche ich gar nicht mehr. Da habe ich alle. Da habe ich alle. Gibt es was zu essen? Was nicht verrottet ist? Nö. Nö, gibt es offenbar nicht. Total is personal only. Komme ich da vorbei? Nö. Komme ich da vorbei? Nö. All you all. Okay. Da läuft Sonja. Okay. Also läuft Sonja im Fernsehen. Cool. 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 Oh wow. Nice. 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 Eine wunderschöne Nacht hier. Bewässerungsdino. Eine Gießkanne in Form eines Dinosauriers. Na dann. Gießkanne fein lassen. Nö. Pflanze gießen. Habe ich mehr Optionen? Also es sieht nicht besonders geil aus. Aber vielleicht kann ich was anderes mit der Gießkanne noch machen. Außer die eine Pflanze hier zu gießen. In den Stromkasten reingießen oder irgend sowas. Müll durchsuchen. Kein Glück. Entschuldigung. Hast du etwas Kleingeld? Tut mir wirklich leid. Aber hast du was zu essen für mich? 45 Prozent, dass das klappt. ATM geht nicht. Da kann ich rein. Da steht wieder ein Auto. Was hältst du von Senatorin Flores? Sie sagt, sie ist anders aus Tyrak. Aber gib uns ein bisschen Kraft. Und dann sehen wir es. Ja. Das halte ich von Politik. Das könnte ich sein. Okay. Okay. Die schon wieder. Oh Gott. Okay. Dann bin ich nur der neue Bartender. Ist das nicht der Robert? Irgendwann werden sie mich noch fragen, die ganzen Dings hier auswendig zu können. Die ganzen Numentafeln. Süß. Ein Mitch and Stan Motorrad. Nice. Pure Nautil Alkohol unter 21. Okay. Oh ja genau. Ja das hat mir bisher so viel Glück gebracht. Schloss knacken? Leider nicht. Ne. Ich habe zu wenig Geld dafür. Den Scheiß lasse ich mal. Ja soll ich jetzt die Blumen gießen da draußen mit der Gießkanne? Warte ich noch oder? Spielen wir da ganz kurz mal. Brauchen wir mal einen Euro raus. Für eine Runde Akanoid. Wie damals. War. Müsste mein erstes Spiel gewesen sein. Was ich jemals gespielt habe. Das gute Akanoid. Gemeinsam mit Sokoban und Vivi. Vivi war so ein Wurm der Dinge fressen musste um größer zu werden. Und dann in so Labyrinthe kommen und Highscore knacken. Ach du Scheiße. Und Sokoban war. Fand ich ziemlich schwer. Das war so ein Game wo man. Irgendwie ans Ziel kommen musste. Und dafür. So Kisten verschieben musste. Und sich irgendwie den Weg bahnen. Durch diese ganzen Kisten. Get lost. Klingt doch gut. Goddamn right. Nett. Darf ich nicht schrubben? Cool. Da 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 da. Da 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 da. Ja halt die Fresse. Ich glaube du hast nie ein Heartland Refreshment gemacht. Habt ihr? Sonja Kulada. Ich wollte ein Homeland Hobbs letzte Woche. Heartland Ref... Vielleicht hast du es vergessen. Aber ich habe eine Heartland Refreshment gefragt. Homeland Hobbs. I wanted a Homeland Hobbs last week. Das ist ein TLR. I want a Heartland Refreshment. Now. Like I said. I wanted a Homeland Hobbs last week. Was ist ein TLR? Maybe you forgot. But I asked for a Heartland Refreshment for a Homeland Hobbs. I needed it because my dog died. Where's my Heartland Refreshment? I want a TLR now! Homeland Hobbs. Homeland Hobbs! Homeland Hobbs! Zwei Teile Homeland Hobbs. Where's my Heartland Refreshment? Uh, Homeland Hobbs, Nektion, Tyler Pills. Did you forget my TLR? Where's my Heartland Refreshment? Did you forget my TLR? Kommt noch! Here's a tip. Go buy yourself some Diapers. Hat doch kein TLR mehr. The usual. The Jared. Jared on the street. It's on the wall. Magst du noch sein Tier da? Hahaha. 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 The Jared Refreshment. Schwarze Brigade. Ananas Bazooka. Danke Chef. Treuer Bürger. Jared on the street. Good Swallow. Motherland Spirit. Und Heartland Refreshment. Haha. Vermassle das nicht. Das könnte dein letzter Drink sein. Good Swallow. Motherland und Heartland. Wo ist ein Good Swallow? Äh? Good Swallow? Ist Good Swallow ein Teil von was anderem? Swallow, Motherland und Heartland. Und? Was macht der? Putzen dachte ich, oder? Okay, dann haben wir das schon mal. Good Swallow und Motherland Spirit. Good Swallow Motherland. Gibt's das nicht? Hmm. Vielleicht Nation. Irgendwas. Nation klickt nach Motherland, oder? Nation Potion. Nation Nektar. Und Good Swallow. Und Good Swallow. Was kann man denn Good Swallowen? Was kann man denn Good Swallowen? Was weiß ich, ey? Kann ich ihm irgendwas zusammenmischen? Nee. Äh. Irgendwie mag ich ihm so'n... Nation Potion geben. Und Good Swallowen. Und Good Swallowen. Weiß ich nicht. Angst. Sehe ich jetzt wie er heißt? Ob's den gibt? explodiert. Explodiert jetzt so. Ja. Wie heißt er? Kann ich dir den Cocktail reinflößen? Na dann schauen wir mal. Jetzt kipp da um. Wow. This is the worst drink I've ever had. But it doesn't matter. Now. Make me another. Dude. Hm. I do have a drink named after me. Hmhm. Hmhm. Thanks. You're at the TV. Ten-year commemoration for the victims of the attack is coming up. My daughter was one of the poor souls who died under those rocks. Lola. Wusste ich das schon mal? Lola. Kann ich noch was bewässern? Brown Joe. Ich werde da sein. Es ist ein sehr wichtiger Tag. Du. Hm. Ich mag nicht große Leute. Was macht er denn? Na ok. Tolles Gespräch. Boah. Da merke ich wie meine Augen schon W.O. geben. Ich spiele schon ein bisschen lang. Hey. Kat. Be careful out there. Don't ever call a taxi. Und ruf niemals ein Taxi. Niemals ein Taxi ruf. Aber wieso denn nicht? Da haben wir noch die Pflanze gegossen. Aber nehmen wir es mit, oder? Auf jeden Fall. Okay. Komme ich irgendwie noch da ran? Nö. Leider nicht. Anrufen kann man nicht. Wie wäre es mit dem Taxi? Kann ich nicht nehmen. Los knacken können wir nicht schaffen. Okay. Dann. Ich soll niemals ein Taxi rufen. Wäre doch witzig, wenn ich ein Taxi rufen würde, oder? Ja, ich weiß, woher Taxi fahrer ist. Kann ich noch mal ein Taxi rufen? Zu Hause anrufen. So viel Kohle habe ich nicht. Zu Fuß gehen. Trampen. Oh. Ja. Kann ich eh nur trampen. So richtig. Zu Fuß gehen. Ich bin noch nie zu Fuß gegangen, glaube ich. Aber es kostet halt massiv Energie. Drei Energie. Bringt wahrscheinlich relativ wenig. Trampen. Na, wer wird mich aufgabeln? Ja, ich bin noch nie zu. вид ochre ver, das ist beruf. $20,000 imlaufen, die sich aufgabeln gemacht. Ciao. Amen.